Mountainbiken in Portugal, das heißt eine Woche voller grandioser, abwechslungsreicher Trails bis runter an den Strand, das heißt gutes Essen und vor allem jede Menge Sonnenstrahlen. Es sind gerade 18 Grad und es ist Januar. Wir freuen uns, wenn du demnächst mit dabei bist, um mit uns in Portugal die Trails zu rocken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.